Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem 400 Abonnenten Special, fuck yeah, 200 Abonnenten, ich meine 400 Abonnenten, unglaublich, ich bedanke mich sowas von mega bei euch, ihr seid wirklich absolut Hammer, ich hätte niemals gedacht, dass ich wirklich 400 Abonnenten bekomme, als ich auf YouTube angefangen habe, meine Videos hochzulade, wirklich, ihr seid wirklich richtig Hammer, Mega, Ultra, Hammer, Ultra, Mega, geil, also wirklich vielen Dank, einfach nur göttlich, ich weiß gerade, was ich sage soll, und ja, wir sehen hier ein recht schönes Spiel von der coole Typ 95, vielen Dank auch nochmal Felix an dich, dass du mir das Video hier geschickt hast, weil das ist ein richtig geiles Video, also du hast da ein richtig geiles Spiel gemacht, das werdet ihr nachher auch sehen, er hat richtig sehr, also er hat richtig viele Kills erreicht und ja, kein Tod, also richtig gut auf jeden Fall, ich mache hier mal kurz den Ton etwas leiser, weil das ist bei mir etwas laut, so okay, jetzt kann ich mich etwas besser konzentrieren, okay, ja auf jeden Fall, ja gut, ich weiß gerade genau, was ich jetzt sagen soll, weil das ist, also ich habe das Video hier wirklich voll spontan gemacht, weil wirklich in der letzten Woche meine Abonnenten wirklich absolut nach oben gegangen sind, ich weiß gerade, warum eigentlich, also wirklich absolut geil, ich weiß gerade, warum die Abonnentenzahl so gestiegen ist, also ich weiß nicht warum, es ist sehr, sehr cool auf jeden Fall, also mich freut es ja, ich meine, mich freut es, wenn meine Abonnenten immer mehr werdet, also das ist natürlich sehr cool und ja, okay, also ich sage mal was zu der Map hier, also das ist ja ein Schader, also das Spiel ist ein Schader 3, also ich glaube, das kennt fast jeder und ja, also wir sehen hier, das ist die Map Jemen und ja, der coole Typ spielt hier mit der AK-47 und ja gut, jetzt hat er inzwischen schon 6 zu 0, also richtig gut und jetzt hat er 7 zu 0, perfekt, ja, 400 Abonnenten, einfach nur geil. Ja, ich habe gar nicht genau gewusst, was ich für ein Special machen soll und ja, viele sagen ja, ich soll Special nicht Special aussprechen, sondern Special, also nicht Special, sondern Special, also nicht dieses Sch am Anfang, weil ich bin ja ein Schwabe und Schwabe sage das halt, da kann ich nichts machen, Schwäbisch ist halt Special, fertig und dabei bleibt es. Aber okay, ja, ähm, cool, dieser eine Typ heißt Kronk21, ähm, der, also der links unter, der gerade im Spielball getreten ist, Kronk21, sehr interessant, das wäre sehr lustig, wenn es wirklich der Kronk wäre, aber das glaube ich nicht. Ja, okay, ähm, ja gut, ähm, was könnte ich noch sagen, ich weiß gar nichts mehr, also, ihr wisst ja, im Juni, doch, ich glaube Juni war es, ja, da kommt der Last of Us raus und da freue ich mich schon richtig drauf und der hat, jetzt hat gerade der coole Typ Raserei bekommen, also Raserei bekommt man, also die Medaille Raserei bekommt man, wenn man 10 Kills schafft, ohne zu sterben und das hat er gerade geschafft und jetzt schafft er noch mehr, yes, perfekt, erst mal die eine Erwürge und dann kommt der nächste dran, also, das ist ja, das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel und die Streubombe war gerade umsonst oder was, äh, das auch immer für ein Booster war, gerade, ich glaube Streubombe, oder? Oder war es Megabombe oder war es drei Granate auf einmal, ich weiß gar nicht genau, ist halt auch egal, ähm, ja, also ja, im Juni kommt ja der Last of Us raus und das werde ich ja auf jeden Fall let's playen, ja, ich glaube es war Juni und, äh, da freue ich mich richtig drauf, weil das Spiel wird richtig mega, hammer, ultra geil, ähm, ja, weil einfach, äh, das ist ja ebenfalls von Naughty Dog das Spiel, also ebenfalls, äh, von denen, die Uncharted 3 und allgemein Uncharted, äh, gemachten oder entwickelten und deswegen freue ich mich da richtig drauf und ich bin wirklich gespannt auf das Let's Play, ich, ich freue mich einfach drauf, äh, wie, wie, also ich werde alles erkunden, ich freue mich auf die schönen Momente, ich freue mich auf die Story, ich freue mich auf die Zombies, ich freue mich auf alles, und, ja, also ich habe hier, äh, als 400-Abo-Special habe ich mir das Gameplay oder das Commentary hier rausgesucht, sage ich mal, weil, ähm, mir einfach nichts anderes eingefallen ist und ich habe gedacht, ja, das Video von, äh, von, also das Level, äh, das Level, ich meine, das Video von der coole Typ hier, das wollte ich schon immer mal hochladen, ähm, ja, und deswegen habe ich gedacht, ja, komm, mache ich halt, äh, also ich benutze das Video halt für mein 400-Abonnenten-Special und ich denke mal, das ist auch ziemlich gut gelungen, ich hoffe, es gelingt mir gerade gut, sagen wir es mal so und, ja, es fällt mir gerade etwas schwer, mich zu konzentrieren, wenn ich, äh, weil immer, wenn ich an Shard-Spiel, also der Multiplayer, dann, äh, bin ich irgendwie voll konzentriert und dann kann ich irgendwie kaum reden und es fällt mir gerade schwer, weil ich muss hier gerade im Bild zuschauen und irgendwie, äh, komm, es kommt mir immer so vor, als ob ich selber mitspielen muss, deswegen ist es gerade etwas schwierig, aber ich versuche ja normal zu reden. Okay, ähm, wie viel hat er denn inzwischen? Inzwischen hat er 18 zu 0, leckt mich am Socke, also es geht, er geht richtig ab und, äh, ich glaube, es war 25 zu 0, wenn mich nicht alles täuscht und das Spiel ist ja auch jetzt noch bald rum, ihr seht, äh, rechts unten steht 42 zu 13 und, äh, insgesamt, äh, brauchen sie 50 Kills und die sind jetzt auch jeden Moment erreicht, äh, jetzt hat er gerade Zügellos bekommen, das heißt, wenn man 20 Kills kriegt ohne zu sterben, dann bekommt man die Medaille Zügellos, die habe ich bis jetzt noch gar nicht bekommen, also in meiner ganzen Unshard-3-Karriere, ja, okay, ähm, also mein Rekord war, glaube ich, 18 zu 0, ja, das habe ich, glaube ich, auch hochgeladen ganz früher und, äh, also ich habe bis jetzt nichts Besseres geschafft und jetzt hat er schon 21 zu 0 und jetzt 22 zu 0 und das Endergebnis kommt gleich. Komm schon, kill noch einer. Yes, Hattrick und 23 zu 0 und dennoch, komm. Ja, Mann, 24 zu 0, fast 25 zu 0. Drei Vorlagen. Oh, wenn er die drei Kills noch kriegt, dann hätte er 27 zu 0. Ja, okay, auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen, das war jetzt mein, äh, 400-Abonnenten-Special, mir ist leider nichts Besseres eingefallen, aber ich denke mal, das war ganz amüsant und, äh, vielen Dank auch nochmal an dich, Felix, äh, ich habe ja gesagt, ja, ich habe vorher schon Danke gesagt, aber trotzdem, ich kann nicht oft genug Danke sagen, ähm, mich freut es einfach, wenn Leute mich unterstützen und wenn, äh, wenn die einfach mir Videos schicken, wenn die mir Kommentare schreiben, mich freut es einfach, mir macht einfach, äh, die ganze Sache hier auf YouTube einfach richtig Spaß und deswegen, äh, ich denke mal, ich werde auch noch eine Weile weitermachen, ich hoffe mal, ich kann noch wirklich lange weitermachen, ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie, wie lange ich noch weitermache, äh, ich denke mal, schon noch eine ganze, eine ganz lange Zeit, sagen wir es mal so, und ja, okay, ähm, ja gut, mir fällt nichts mehr ein, Leute, vielen, vielen, vielen Dank nochmal an 400 fucking Abonnenten, Alter, richtig geil, ihr seid einfach nur Hammer, Hammer, Mega, Ultra, geil, ja, okay, ähm, das war mein 400 Abonnenten-Special und bevor ich noch 15 Mal, das war mein 400 Abonnenten-Special sag, werde ich das hier beenden, okay, also, bis zum nächsten Video, ciao!